also noch viel zusammen haben wir auf jeden fall so und was ist das hier eigentlich für eine quest machen wir mal ok 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 Ja, rüste die Tauben-Churiken-Fähigkeit aus mit Zielübung. So, okay. Ja, das ist irgendwie ein bisschen sehr langsam. Komm, nachladen. Ach, okay, wenigstens den da erwischt. Der ist auch noch erwischt. Komm, da hinten. Oder den. Der geht auch. Den erwischt. So, und jetzt. Der zählt auch noch. Komm, der ist auch noch erwischt. So. Ein bisschen habe ich noch. Ja. Und hier der. Nice. Ah, nice. Target Practice. Okay, wir müssen aber unsere Tauben-Fähigkeiten noch ein bisschen verstärken. Ah, nein, hier stecke ich fest. So, warte mal. Wieder auf Boxen. So, und hier. Die Polizei ist auch nicht in der Nähe. Das ist gut. So, was geht denn hier jetzt ab? Ah, der schon wieder? Nee, diese Quest machen wir mal nicht. Wir gehen mal lieber woanders hin. So, wo ist, äh, Karlchen? Da hinten. Oh, war zu essen. Nice. Komm her, you dirty rascal. I have a proposal for you. Ich wollte schon sagen, warum konnte ich da jetzt nicht geradeaus? So, da hinten haben wir wieder ein paar Bugs, die wir kaputthauen können. Ah, warte. Hier kommen wir nicht weiter. So, dann müssen wir hier rum. Hallo, Ossifer. So. Jo, komm. Hufenaufstieg, ja nice. Was machen wir jetzt? Komm, wir können das hier machen. Ach, hier hinten ist noch einer. Jo, mach mal. So, Creep gerettet, nice. Ach, Creeps haben wir schon gerettet. Und das ist unsere alte Basis. So, was können wir hier noch machen? Vielleicht können wir hier irgendwie. Nee. Können wir hiermit irgendwas machen? Können wir hier irgendwie was verbessern? Nee. Können wir von hier irgendwie was hier recyceln? So, mal gucken. So, ich kann hier nicht verarbeitet werden. Warum? Muss ich hier vielleicht irgendwie... Ah, warte. Erstmal Bau-Modus. Nee. Dann nicht hier wahrscheinlich. Herstellungstisch haben wir. Das haben wir. Aluminium-Schmelz-Ofen. Da fehlt uns aber noch einiges für. Warum funktioniert Tab jetzt nicht? Wollte schon sagen. Hier Truhe. Können wir auch nicht bauen. Dann müssen wir hier... Nägel herstellen. Dafür haben wir aber keinen Schrott. Wir brauchen erstmal Schrott. Aber gut, dass hier... Ah, nice. Jetzt haben wir Schrott. Oh, nice. So, dann können wir jetzt Nägel herstellen. So, und... Was wollten wir jetzt machen? Genau hier. Eine Truhe. Nee. Was wollten wir machen? Jetzt... Geh mal auf zurück. Ich drücke da auf Tab. Naja, funktioniert auch noch nicht so ganz, wie ich das will. Egal, dann machen wir erstmal mit der Hauptquist weiter. Gehen wir mal zum C. So, und... Nein, zu weit, zu weit. So, und... Dann müssen... Ja, da sind wir schon. Gehen wir mal da hin. Und schauen wir mal an, was hier... Was hier gibt's für uns jetzt. Open up, fuckers! I want my body back! Oh, yeah! My friend wants his brain back as well! Open up or face the wrath of the Pigeon Master! Uh, can you please stop doing that? Mr. Bones has just installed the new bulletproof doors and windows. He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh, yeah? We'll see how emotional he gets after I scratch his fucking... Do you have an appointment? Of course not! I don't need an appointment to... Oh, no. I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. Listen, I'm here too! Why don't you make an official call? If you do it now, I bet I could fit you in for a meeting sometime next month. No way I'm gonna wait for... Sorry. I wish I could be of more help. Okay. Goodbye now. Fuck! What now? Any ideas, pal? No, I don't have any idea. Um, if I were you, I'd go away now. Mr. Bones hired new security guards and they don't seem happy about you being around. Psst. I can help. Meet me behind the hospital. Wer ist das jetzt? Who was that guy? He was wearing a lab coat. I don't trust guys in lab coats. They remind me of this one time when I lost my body and became a fucking shopping cart. Fun times. Oh, here. Come on, why don't we do it again? He told us to meet him next to the hospital. Maybe he's just a doctor with a staff spot for bums. You know. And we also have the best. I owe you big time. So, ein Creep müssen wir noch retten. Dann hätten wir den ersten Erfolg gehabt und bekommen. So, ein bisschen Gesundheit aufgefüllt. So. Können wir auch noch gebrauchen. Ah, hier. Hey, Herr! You said something about helping us out. Fascinating. An inanimate object able to move on its own and use human speech. It seems evil way experiments are moving forward even without me on the board. And who are you exactly? I'm Wilbert East. Doctor. Chemist. Visionary. Evil way was the only company interested in sponsoring my experiments. Science can take us to some dark places. They were the only ones who accepted that. It broke my heart when it turned out they were only looking for profit. I couldn't work for them. I'm a mad scientist, not a capitalist. Anyways, I know the exact location where they conducted their research. You may find whatever you're looking for there. Go on, tell us then! Obviously, I won't give away this information for free. I'm willing to trip. The secret art of alcohol-alchemy. I want you to show it to me. And don't pretend it doesn't exist. Oh, I've already gathered everything. The equipment, the ingredients, the alchemist himself. Show me. So, it seems we don't have a choice, how to do your magic. I'm not. What do you mean you don't remember? Uh, uh, uh. Alright, half brain. Sorry pal, I keep forgetting that. I keep forgetting a lot of stuff, to be honest. But, I do remember one recipe of yours. Hopefully, it will be enough to convince the doc. The recipe started with a beer. Ah, now it's again green. No, now it's just red. I don't know exactly what it is with OBS. Here. So, then... A moment. So. Yeah, then we'll take it. 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 We'll take it in the bowl. Then, uh, uh, four leaf clover. Okay. No. Wait. That wasn't it. Take it out. It was a dragon horn flower and a head of bear garlic. I'm sure of it. Okay. Right. Now cook it. No. Turns out it wasn't the right ingredients after all. Yeah. That's it. Good job pal. Food store beer. Geil. Mmm. Fusto beer. A potent brew with a potent smell. Drink it and release a mighty garlic-scented burp. Its unrelenting force will send people flying. The smelly fumes are also highly flammable and will ignite when the bottle breaks. Just throw it to create a fiery explosion. I see. Can you replicate the results? I will provide you with more ingredients. Go on pal. Just use the book and craft another one. Yeah. Okay. So. Dann machen wir den hier nochmal. Faszinierend. Time for a field test. Let's see how these boxes react to your mixture. Okay. Tab bedrückt halten. So. Fusto beer. Amazing. If my observations are correct, then each brew also has an alternative use. Can you demonstrate? Ah. Okay. Ich muss da nicht werfen, sondern trinken. Ah. Faszinierend. This should make my studies much easier. As promised. Here is the data you were looking for. If evil way did experiments on you, this is the place where it happened. Okay. Eine explosive mischung. Eine explosive mischung. Ja gut. Dann haben wir hier schon mal. Eine neue Fähigkeit erlernen. Ah. Hier könnten wir nochmal mit dem. Noch eine Quest von dem nehmen. Okay. No. Okay. Okay. Oh. 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 Eine weitere Sache. Ich habe nur einige Minuten für dieses private Projekt meiner zu erlernen. Du musst schnell gehen. okay. Okay. Was müssen wir machen? Äh. Wir fragen Leute in den Container. Ah. 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 deines Ding ein Stage? Das ist doch nicht reich. So. Der sieht reich aus. den nehmen wir mit ich hoffe die polizei lässt mich jetzt in Ruhe wenn ich den hier reinwerfe das war der erste so, wo haben wir den nächsten reichen der sieht reich aus den nehmen wir mit also, hier ist er noch so, dann schmeißen wir den auch nochmal da rein so, der zweite so, da haben wir schon den nächsten den dritten der reich aussieht so ich hoffe mal, der zählt zu denen nice so, nächster Typ im Anzug, wo? was ist denn hier los? da ist hier so ein Stau wir brauchen noch ein paar Leute im Anzug da haben wir einen den nehmen wir mit so, und einer noch die sieht auch so aus nehmen wir die mal mit nein, bitte nicht bitte nicht, bitte nicht so, zählt die? nein, die zählt nicht dazu, aber er bitte lass mich in Ruhe bitte lass mich in Ruhe ja ganz schnell weg ganz schnell weg jetzt müssen wir die Flucht ergreifen so, aber wir können auch eben hier jetzt machen wir das dann können wir gleich die Flucht ergreifen mit äh ihn hier, wenn wir von dem bisschen wegkommen so Karl, ich brauch dich ah, der da ist er schon nice so jetzt wird's schneller jetzt können wir schneller weg die Flucht ergreifen ich hoffe, das bleibt jetzt ah, nun weg nice und da vorne haben wir nochmal die Quest so, komm, ich will dahin komm, da ist er gut okay okay Ah, okay, Mittelfinger müssen wir machen. Wie war das nochmal mit T, glaube ich? Ah, genau. Ja, fünf Polisisten. Jo, ah, komm, nein, nicht ging. So. So, jetzt. So, da fehlt noch einer. Oha. Irgendwer fehlt noch, hier. Dahinten kommt noch einer. So, dem muss ich auch noch den Finger zeigen. So, jetzt brauchen wir noch eine. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt gehen wir noch weiter. So, jetzt gehen wir. Moment to hide Suspect lost Returning to patrol duty Uh oh This guy's message sure got their attention now Let's lose the heat You won't get away that easy Don't let them see you We tricked the police once again Don't let them see you Don't let them see you Did you hear that a used car line Open up in Bumsville They just put their first car up for sale I used to be the only source For such commodities Not anymore But this is a good thing Competition forces me To raise the bar To increase quality And make customers happy Currently I'm offering a free gift With every purchase If my competition did the same It would push me to new heights That's why I want you To attach this small gift To their newly acquired car This should reignite My competitive spirit Better hurry Before they make their first sale I can't believe you signed us up for this again Did you already forget what happened the last time we did a delivery I mean you must have forgotten Otherwise you never would have accepted this job So yeah As a quick reminder This package contains explosives Quick find a place to hide Explosives strong enough to blow me into tiny pieces And you offered to deliver them Like it's no I never doubted you pal I knew you'd keep me safe You can continue doing that By losing these police Time to use non-lea We've lost them But for how long Excuse me smelly sir Would you kindly approach It seems the police finally gave up Don't let them see you Don't let them see you Don't let them see you According to the intel provided by Dr. East There should be 10 cameras hidden around here Let's take them out before we go in Maybe we could use your explosive pigeons for that Let's take them out before we go in Let's take them out before we go in Don't let them see you Don't let them see you Don't let them see you It appears that we got away safely Let's take them out after we go in Ah! Oh, ja. Oh! Oh! Oh my god! Oh! Haha! You're going down, Kreet! You shouldn't have messed with the bugs! Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017